Und weiter geht's mit dem nächsten Training mit mir, mit mir Erik, dem Hauptjahr Trainer. Ich freue mich wieder, dass ihr dabei seid. Heute ganz spezielles Thema und zwar Steigerung der Sprungkraft. Steigerung der Sprungkraft, heute zeige ich euch das, wie man es wirklich tatsächlich nur mit dem eigenen Körpergewicht macht. Dazu, im Idealfall geht ihr raus, damit habt ihr ein bisschen mehr Ruhe. Wenn nicht, braucht ihr ungefähr eine Box, die ungefähr in der Höhe eurer Knie ist oder ihr schnappt euch halt, wie gesagt, eine Bank oder zu Hause. Wenn ihr nichts kaputt macht, auch gerne mal vom Stuhl runter, aber aufpassen, dass der Stuhl feststeht. Das Allerwichtigste erstmal, gerade wenn ihr eure Sprungkraft steigern wollt, ist, dass ihr euch natürlich ordentlich warm macht und dass ihr auch gerade schon mal in eurem zentralen Nervensystem sozusagen ein paar Bereiche aktiviert, die sagen, okay, let's go, jetzt will ich so hoch springen wie möglich. Als erstes beginnt ihr zum Beispiel mit einem ganz klassischen Squat. Fersen sind am Boden, Arme sind gerade, Rücken ist so gerade wie möglich, von da aus hochkommen, Po fest anspannen. Geht langsam in die Position, schnell nach oben. Schon mal ein bisschen mehr die Aktivierung mit einbauen und sozusagen die Streckerkette aktivieren, damit ihr dann schneller nach oben springen könnt. Nochmal das Gleiche, langsam tief, so schnell wie möglich hoch. Als nächstes probieren wir einen Sprung. Das bedeutet, ihr geht langsam in die Bewegung, der Rücken ist so gerade wie möglich, ihr geht so tief wie ihr könnt. Sprung nach oben, kurz wieder auf der Position halten, dann wieder hochgehen. Wieder das Gleiche. Ready? In die Position, Bauch ist fest, Rücken ist gerade, jump nach oben. Wichtig ist für euch, wenn ihr in der Kniebeuge seid, beziehungsweise auch in einem Sprung. Eure Knie dürfen nicht zusammen gehen, sondern werden immer nach außen aktiviert, um eure Gesäßmuskulatur zu kräftigen. Viele von euch kennen ja den Boxjump. Boxjump ist eine super Übung, oftmals wird er aber falsch durchgeführt. Das heißt, am Ende der Bewegung gibt es meistens keine Hüftstreckung. Damit ist die Bewegung eigentlich ungültig. Folgendermaßen, ihr stellt euch vor die Box, der Oberkörper ist gerade, ladet hier jetzt sozusagen die Spannung auf, geht in die Position und versucht, so hoch zu springen, die Boxenhöhe so einzustellen, dass ihr gestreckt quasi, also in einer leichten Beuge, aber dann gestreckt landet. Wir machen es noch mal. Runter steppen, nicht runterspringen. Wieder auf der Position, Rücken ist gerade, Spannung aufladen, wieder oben rauf, gerade gestreckt nach oben. Wie gesagt, für euch, wenn die Box jetzt auch zu hoch ist, ist es natürlich auch okay, hier hin, gebeugt, ein bisschen die Bewegung abfedern, Po anspannen, Rücken gerade lassen, von da aus langsam wieder runter. Bei Sprungkraftbewegung bzw. bei Reaktivkraft geht es auf jeden Fall darum, dem Körper genug Regenerationszeit zu geben und auch nicht zu häufig zu belasten, weil dann gehen wir wieder in die Kraftausdauer. Wir wollen eher die kurzen, schnellen, kräftigen Bewegungen haben, um unsere Sprungkraft zu steigern, um zum Beispiel höher springen zu können, weiter springen zu können oder auch schneller zu werden. Das heißt für euch, macht von jeder Übung, die ich euch jetzt gerade eben schon gezeigt habe, nicht mehr als fünf bis sechs, sieben Bewegungen. Macht danach wieder eine große Pause und versucht dann wieder, die maximale Kraft in diese Bewegung einzubauen. Als nächstes, das ist dann schon, wenn ihr die ersten beiden Übungen gut beherrscht, quasi ein bisschen schwieriger und sehr, sehr effektiv für eure Sprungkraft. Das heißt, jetzt geht es um den Moment des Aufsprungs, um dann reaktiv nach oben zu springen. Ihr lasst ein Bein nach vorne, lasst euch hier langsam runter und springt dann zweimal nach oben ab. Die ganze Geschichte ist natürlich etwas schwieriger, wenn man es zweimal macht. Man kann das ganze Ding natürlich auch einmal machen. Heißt, eines der beiden Beine nach vorne, Rücken ist gerade, Bauch ist fest, runter, so hoch wie möglich abspringen. Königsdisziplin von dieser ganzen Sache ist, wenn ihr noch ein aktives Beinheben mit einbaut, das heißt, ihr seid hier auf der Position, lasst euch runter, Knie hochziehen, so weit wie möglich nach oben abspringen. Bevor ihr diese Sache macht, macht erst die Kniebeugen, erst natürlich etwas langsamer, um euch vorzumobilisieren, dann mit den Sprüngen, dann die Boxjumps und erst am Ende diese reaktiven Sprünge von der Box bzw. von der Bank, damit ihr euch nicht verletzt. Gebt euch genug Platz dazwischen, genug Pause dazwischen, damit ihr regenerieren könnt und eure Muskulatur bzw. auch euer zentrales Nervensystem immer wieder ready ist für die nächste Belastung. Nicht häufiger machen als zweimal die Woche und dann sollte eure Sprungkraft auf jeden Fall um einiges explosiver sein. Viel Spaß dabei!